Ja Leute, lang, lang ist das sehr, als ich mal zuletzt Dead by Daylight gespielt habe bei euch. Ich habe es privat auch ab und zu gespielt, aber halt auch nicht so mega viel. Ich habe 180 Stunden circa, also halt auch nicht so viel, wie die meisten Annalise suchten. Ich bin jetzt nicht so die mega gute Überlebende und Killer schon mal gar nicht, weil ich bin halt gar nicht Killer. Es ist halt mehr mein Ding einfach rumzulaufen und zu fliehen. Ja, jetzt ist die neue Killerin draußen, die Anna, also die Jägerin. Und ich habe ein paar Runden gegen sie gespielt und sie ist schon echt krass drauf. Also die kann ja Äxte werfen. Sie ist langsamer, aber kann dafür halt die Äxte werfen. Und es ist halt nicht unfair, aber man muss halt total neu spielen können. Also man muss eine neue Taktik herausfinden, wie man gegen sie spielt. Und es ist halt echt krass. Also es macht zwar Spaß, auch wenn ich nicht so gut bin. Und wir werden es mal sehen, wie ich mich so schlage, aber erwartet echt nicht so viel. Ich habe auch nicht so geile Perks. Meistens legt das auf das Heilen raus, also dass ich halt mich heilen kann. Dann ist es schneller geheilt wird und so weiter. Und dass ich die Überlebenden, die verletzt sind, sehe ab einer bestimmten Reichweite. Keine Ahnung. Also irgendwie was Krasses habe ich. Und ja, bis gleich. Ach so, das startet gerade ein anderes Spiel. Nein. Kein Spiel starten. Oh mein Gott. Ich installiere nämlich gerade ein anderes Spiel. Und das wird auch bald kommen, aber ich habe da halt noch gar keine Ahnung von. Es geht halt um Dinos. Dinos gegen Menschen. Man kann halt, also es ist ein Online-Spiel. Und man kann halt als Dino oder Mensch gegen andere spielen. Da ist doch, warum gehe ich da nicht hin? Oh nö, jetzt habe ich ja Legs. Warum? Okay. Also auf jeden Fall hart mich zu konzentrieren jetzt, weil ich aufnehme, da bin ich immer ein bisschen nervöser. Und kriege meistens... Achtet mal auf mein Gesicht. Oder achtet lieber nicht drauf, weil ich... Bin immer so, ich bin voll im Spiel mit drin. Also ich bewege immer meinen Körper so mit. Und das ist voll peinlich. Ich habe mir Die Young gekauft. Das ist ein Überlebensspiel, wo man halt auch... Äh... Ganz viel klettern muss und so. Und immer wenn sie springen muss, mache ich voll meinen Körper so mit. Das ist voll peinlich. Ich denke, die ganze Zeit, ich höre einen Herzschlag. Oh, die Punkte da. Ich verstehe jetzt nicht, was ist mit diesen Punkten. Da gibt es zwar viele Spiele davon, aber... Die haben einfach diese Punkte als Namen. Keine Ahnung. Und ich freu mich gar nicht, wo die sind. Ich habe ja mal einen Perk. Da sehe ich ja den Verletzten, aber er ist auf 30 Meter, glaube ich. Da hinten ist er. Okay. Läuft hoch. Okay. Bitte nicht zu mir. Ich habe da jetzt... Obwohl, doch. Ein bisschen Action wäre gut, aber bei Verfolgungsjacken bin ich nicht so gut. Aha. Das ist tatsächlich auch kein Herzschlag, ne? Okay. Da unten seht ihr übrigens meine Perks. Unten rechts. Ja, und ich heilen. Dann ist es schneller heilt. Dann oben, dass ich die Verletzten sehe. Und unten ist... Äh... Äh... Irgendwas mit einem Sprintboost, wenn ich über Hindernisse springe, über einer Jagd. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hoffe, wir haben Anna irgendwie, weil die summt so und es ist richtig geil. Ich habe die ganze Zeit schon dieses Gefühl, es ist die verdammte Hexe. Oh mein Gott, nein, ich hasse sie. Weil mit dir ist es so scheiße, Leute zu retten, weil die immer ihr scheiß Fluch dahin macht und dann kann sie sich dorthin porten. Ich finde das nicht gerade geil. Wohin geht denn die jetzt? Im Keller, ja klar. Und dann soll ich die jetzt auch noch retten kommen, oder wie? Das kann ich nicht. Kannst ja vergessen. Die macht das über ihre Male dahin und dann... Oh fuck. Aber ich bin halt so eine, die rettet ganz gerne. Ist das mal scheiße, glaube ich, überleben oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Aber die hat ja über ihre scheiß Male. Ah, ich würde so gerne hin, aber... Im Keller ist es halt Ripp, ne? Da ist einfach Ripp. Da kommt man nicht mehr hoch. Oh fuck. Okay. Vielleicht hätte ich... Okay, sie ist hier. Ich weiß aber nicht, wo ich hinrennen soll. Oh mein Gott. Und hier ist auch nichts. Ich bin gleich tot. Ich bin nicht so gut im Abhauen. Ich kann auch nicht diese Tricks damit... Warte. Warte. Die läuft woanders lang. Die hat mich verloren. Oh mein Gott, die hat mich verloren? Ist das hier ernst? Okay, die hat mich verloren. Nice. Fuck, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann gerade nicht. Weil ich mich gerade erst mal selber heilen muss. Fuck. 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 Oh, ich würde dir so gerne helfen, weil ich bin nicht verletzt. Oh, das läuft gerade richtig gut. Oh, scheiße. Scheiße. Ist sie bestimmt da draußen? Oh, sie liegt schon mal. Fuck. Ich hab... Was ist hier los? Wo ist denn der Keller? Wo ist der Keller? Keine Ahnung, wo der Keller ist. Hier ist es immer schwer zu finden. Äh... Hier. Ach, die hängt da hinten. Okay, warte, ich kann dich heilen. Warte, ich heil dich. Warte doch. Ich will dich heilen. So. Ich heil dich heilen. Ein geht hier schneller. Mal noch mit meinem... Perk. Sie fragt, von wo kommt sie. Oh, die andere ist schon tot? Warum? Warum? Oh, die hat einfach aufgegeben. Ist doch nicht hier ernst, oder? Ich weiß jetzt nicht, von wo die Hexe kommt. Ach, da unten läuft es okay. Halt's ab, oder geht's irgendwo hoch? Versuch's jetzt hier. Okay, warte. Ich bin da bei dir. Ich helfe dir mal ein bisschen. Da ist der. Versuch zu helfen, ohne es kaputt zu machen. Bitte, ja? Danke. Jetzt liegt der andere. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Aber der hing noch nicht. Das hing erst Pünktchen. Oh, danke. Fuck. Fuck, das hab ich... Mann, das ist doch kacke. Okay, sie versuchst zu helfen, und ich mach hier mal weiter. Ich denke mal, dass das... von dir so eine Geste war. Hier, mach mal weiter. Ich mach den Scheiß. So. Dann haben wir uns jetzt schon mal zwei. Was? Äh, drei insgesamt. Das ist nicht schlecht. Wo hängst du da hinten? Okay. Ich würde gerne versuchen zu helfen, aber wir müssen auch Generatoren irgendwie machen. Ah, das ist immer kacke, weil wenn alle hinrennen, dann wird der verletzt, der verletzt. Und dann ist das ziemlich scheiße. Also natürlich verständlich. Gute Spieler auf Rang... Was weiß ich? Auf niedrigen... Auf hohen Rang. Die laufen mal zusammen rum und Bodyblocken und so. Ich kann das nicht. Und bei mir ist es halt so... Ach Gott, ich hab's gehört. Ähm... Ja, irgendjemand muss auch die Generatoren machen, weil einer kann retten, aber meistens schafft er es nicht alleine. Warum? Das hat mir jetzt nicht bis hier rausgerannt. Und... Schwierig bist du hier drin. Fuck you. Ja, 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 ja. Ist er nirgendwo? Fuck, ich dachte, man geht hier hoch. Ja, nee. Fuck, fuck. Kein Plan, wo ich lang soll. Überforderung. Ja, hi. Es geht. Ich versuch's dann mal. Ziemlich kacke gerade. Bestimmt wieder hinter mir her. Ne, ist die andere dran. Warte, ich heimlich. Wir schaffen das bestimmt nicht. Fuck. Und hat dann darauf aufgehört, sich zu wehren? Und ist da einfach gestorben, der Arsch? Also, wenn ihr jetzt wolltet, ihr immer mal Killerspiele vergesst. Ich bin so schlecht. Und ich mag das irgendwie auch nicht. Ich mag... Man hat ja diesen Druck, unbedingt diese Leute zu finden und auch, ne, unbedingt fertig zu machen, zu töten. Ich bin gerade total... Ja, türlich bist du jetzt hier. Willst du mich verarschen, Weibstück? Oh Gott, ich hänge. Oh Gott! Habt ihr jetzt nicht gesehen, wie ich zusammengezuckt bin, oder? Nein, danke. Oh, es ist peinlich. Bitch, please! Bitch! Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Die andere soll mal bitte die Generatoren machen, dann kannst du überleben. Bin nicht so gut darin. Ah! Kein Problem, was das für eine Aktion war. Okay. Okay. Das ist ziemlich schlecht von mir, was ich gerade mache. Ja, ich weiß. Gott, wo ist die andere eigentlich drin? Hier, ne? Hi. Ja, ich mach dumme Sachen, ich weiß. Gott, das muss ich mir unbedingt mal anschauen, in der Aufnahme, wie ich zusammengezuckt bin. Ich wollte Anna haben, bin ich bestimmt schon tot, aber mir egal. Natürlich ist sie da. Jetzt bestimmt auch noch der Ruf der Krankenschwester, ja? Gott, die läuft alles die ganze Zeit rum. Bitte heil dich. Gut geheilt. Hahaha. Ob wir das schaffen? Keine Ahnung. Ich hasse die Hexen, ne? Die ist kacke. Ist sie da hinten langgegangen? Ich geh mal hier lang. Gibt's noch irgendwo einen Generator? Ja, da hinten ist einer. Oh Gott. War nur eine Runde, ja? Dann reicht es mir auch schon. Obwohl ich heute ganz viel aufnehmen wollte. Ist hier kein... Doch! Natürlich ist hier einer. Uh. Mal wieder schaffen, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn die anderen noch da... Ich mag es immer nicht... Ganz schlimm ist es, wenn man ganz alleine ist. Ich hasse diesen Druck, ne? Deswegen kann ich bestimmte Spiele nicht spielen. Deswegen sind Online-Spiele auch meistens nichts für mich. Weil ich diesen Druck habe. Und ich weiß, dass es nur ein Spiel, aber... Natürlich bist du wieder hier. Yo, hi, Bitch. Ja. Hi. Yo, hi. Es geht. Fuck, was tue ich hier? Keine Ahnung. Yo. Fuck, ich habe nicht gesehen, dass man da lang kann. War dumm. Ja. Daumen hoch für Ness. Die schlaue... Schwarze. Aber man hört meine Tastatur irgendwie da mega laut, wenn ich das hier jetzt mache. Ha. Hier, aber... Zunächst ist hier nicht der Keller, weil ich mal Glück gehabt. Ja, du machst das. Du machst das ganz alleine, ja? Tipp nicht, dass sie mich retten kommen können. Das denke ich nicht. Ich versuche mal, mich selbst zu befreien. Okay. Jawohl, das ist nicht so schlau, aber... Versuch es jetzt echt hierher zu kommen. Das ist nicht schlau, Mädel. Guck mal, wie viel es ihr hinmacht. Man kann die mit der Taschenlampe wegmachen, oder wenn man dran schleicht, also wenn man dran vorbeischleicht, dann sind sie aber nicht weg. Dann werden sie einfach noch nicht ausgelöst. Aber ich vergesse das auch immer, wenn es drauf ankommt, und sie hat keine Taschenlampe. Versuch nicht, mich zu... Versuch es nicht. Versuch es nicht. Was, sie hat eine Taschenlampe, ne? Ich versuche, es nicht wegzurennen. Okay. Bin tot. Egal, rein, mach das alleine. Mach das alleine. Wie heißt du? Ach, Pünktchen ist das. Oder eher Kästchen. Ist Kästchen alles da? Warte, ich... 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 Ich gehe mal hier hin. Dann kann die die Palette umstoßen, wenn sie mich hochtragen will. Nein, tu das nicht. Scheiße. Fuck. Halt sie es drauf? Fuck. Leider nicht. Sonst hätte ich... Wäre ich die Palette, und die hätte das dann... Okay, warte, es wird laut. Es wird sehr laut. Nein, fuck. Hat mich. Fuck. Direkt hinter mir. Kannst vergessen. Bin tot. Nicht? Oh nein. Gott. Was war das? Was war das? Das ist ein Fuck. Meine Tastatur habe ich jetzt weggeschoben. Sehr gut. Bitte... Oh mein Gott. Was war das denn gerade für ein Scheiß? Ich muss meine Tastatur wieder herholen. So. Okay. Fuck, ich wollte hier gerade runter. Hm. Das war nicht schlau, weil sie... Ich gehe wieder rein. Hoffentlich verwirrt sie das. Gehe ich hier raus? Sie verwirrt? Hoffentlich. Keine Flamme, wo ich hin soll. Keine Flamme, wo sie ist. Verdammt. Okay, ich habe es geschafft irgendwie. Eigentlich bin ich nicht so gut im Weglaufen. Ich weiß nicht, wie ich das gerade geschafft habe. Aber wo ist sie? Oh fuck, hat sie nicht... Ach, sie kam von da. Egal. Egal, die andere macht das. Ich habe es versucht. Ich bin auch so nervös, wenn ich aufnehme. Das ist nicht fair. Nein, direkt bei der Palette. Hat mich nicht genau gedreht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was soll's. Ein bisschen eine spannende Runde, ja? Was ich übrigens... Also meine schlimmste Karte ist Haddonfield, ne? Ich hatte die wie die Pässe. Das ist echt eine scheiß Map. Ich mach das. Pass auf, ich mach das. Mach das. Mach ich nicht. Fuck. Ich mach's doch nicht. Aber ich hab's... Nein, ich will nicht da rein. Nein. Fuck. Nein, ich hab's nur so, da ist der Keller. Und ich will nicht in den Keller. Egal. Ich hab keine Ahnung, wie man am besten wegrennt. Lehrt mich, bitte. Lehrt mich, Meister. Für mich ist es mal wichtig, dass die meisten überleben. Und wir haben Spaß, ja? Nein, ich wollte auch nicht in den Keller. Okay, das ist fucking Glück. Das ist fucking Glück. Nicht schlau, hier rauszugehen? Fuck, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Hahaha. Merkst du das, Vibe? Okay, bin drin. Ich weiß nicht, was ich tue. Kann die andere mal bitte den Generator machen? Das wäre total freundlich. Lauf ich zu ihr? Ich hab keinen Plan, woher lang ich laufe. Oh mein Gott, ich bin so überfordert mit meinem Leben grad, ne? Gott, ich... Warum lebe ich noch? Wie mach ich das? Oh mein Gott. Bitte, die andere sollte den scheiß Generator machen. Bitte. Fuck. Kurz davor. Egal. Bitte mach den fucking Generator. Wo ist das Problem, Mann? Bin die ganzer zu ihrem Ablenken. Ist hier vielleicht ein Generator irgendwo? Bitte. Ich verstehe nicht, warum die andere das nicht macht. Ist hier kein Generator irgendwo? Der läuft schon. Oh fuck, ich würde jetzt eigentlich gerne hier beim Ausgang bleiben. Und drauf warten. Dass sie das fertig macht. Mindestens mal ein bisschen... Ja, ist auch schon an. Es müssten jetzt noch drei Stück sein, die da sind. Müssten alle woanders. Zwei, drei... Ja... Keine Ahnung, wo die letzten sind. Eins, zwei, drei, vier. Alle auf der anderen Seite. Leck mich. Das ist ziemlich kacke. Hm... Was machen wir das denn jetzt? Da hinten ist einer. Da hinten. Ich geh mal langsam... Fuck. Raben. Ich geh mal ganz langsam hin. Aha, andere... Okay. Das andere vielleicht schon... Fuck. Wenn sie jetzt stirbt, habe ich ein Problem. Oh Gott, nein. Geh mal herüber. Sie ist ja nicht bei mir, ne? Nein. Wollte schon sagen. Aber sie verfolgt gerade die andere. Ich werde sich jetzt nicht... ...hier trauen. Das ist blöd. Genau, komm bitte her. Fuck. Oh, fuck. Die macht das. Bitte, bitte jetzt nicht. Ich... Ich schaff das nicht, mein armes Herz. Lett mich doch! Komm her. Komm her, entfüllte mich. Fuck, no. Nope. Versuch dich zu retten. Ist mir egal, wenn wir fliehen oder nicht. Ich will die retten. Auch wenn ich so schlecht darin bin. Oh mein Gott. Wir machen das. Glaubt mir, wenn man das... ...let's playt, ist es immer schlimmer. Als... Was? Wenn nichts zu mir kommt, habe ich ein Problem. Ah, du hebst wieder auf. Warum? Weil so schnell regeneriert sich das nicht. Wollte ich gerade sagen. Flieh. Lauf. Du machst das. Ich wünsch dich vielleicht schneller, ne? Nein. Fuck. Nein, mach den letzten Generator-Vibe. Fuck. Fuck the shit. Fuck. Oh Gott. Dein Ernst. Mann. Leg mich. Oh. Mist, cool. Die andere, du machst das, okay? Hier ist der letzte... Ich habe den fast geschafft, Mann. Oh, warum ist das so kacke? Hier ist genau ein Haken. Ich bin tot. Egal. Die andere macht das noch. Gucken wir gleich kurz zu. Scheiße. Oh Mann, ich hatte es fast geschafft. Fast. Egal. Hoffentlich verpackt es die andere. Wäre schön. Oh mein Gott. Die Luke war hier in der Nähe, ne? Oh, die Luke. Vielleicht schafft sie es durch die Luke. Warte. Wir gucken mal, wie schlecht ich war. Aha. Aha. Ich habe... Okay, cool. Die andere ist noch im Leben. Die hat es geschafft. Sie hat die Luke gefunden. Gott sei Dank. GG. Oh, die hat aber gute Sachen. Flink. Fall nach einem Sprung ein Sprint mit 150% deiner Dings, ja. Und... Cool. Alles klar. Wenn ihr mehr von Dead by Daylight bei mir sehen wollt, komischer Satz, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich kann es gerne öfter bringen, weil ich spiele das schon ein bisschen öfter, aber halt nehme ich es nicht auf. Das ist ziemlich dumm. Ja, am besten mal eure Meinung da rein und dann bis zum nächsten Video. Ciao.